Hallo, ich zeige Ihnen jetzt, wie Sie Ihre Archive oder Dialoge unter Favoriten verwalten können. Öffnen Sie unter MyDocuWear das Register Favoriten definieren. Hier finden Sie alle Archive, Dialoge oder Aufgabenlisten, die Ihnen zugewiesen wurden. Wenn Ihnen viele Archive oder Dialoge zugewiesen wurden, möchten Sie sicher nicht alle im Webclient Hauptfenster dargestellt haben, sondern nur die, die Sie ständig brauchen. Durch das Setzen des Häkchens aktivieren Sie diesen Favoriten und er erscheint auch dann in Ihrem Webclient Hauptfenster, wenn Sie sich ab- und erneut anmelden. Zum Öffnen einer anderen Aufgabenliste Suche oder Ablage, die Sie nicht aktiviert haben, klicken Sie diese unter Favoritenauswahl einfach an. Sie erscheint nur so lange im Menü, bis Sie sich abmelden. Probieren Sie es doch einfach mal aus.